servus miteinander heute mal wieder eine kleine filmlaberei mit dem titel nope erklärt ich weiß noch nicht ob ich dem anspruch gerecht werden kann wahrscheinlich nicht aber reden wir erst einmal am anfang breckerl spoiler frei über den film falls ihr noch nicht gesehen habt dann solltet ihr aber unbedingt dann aufhören wenn ich euch sage ich möchte mal so kurz umreißen was nope vielleicht nicht ist oder auch ist damit er wenigstens abschätzen könnt ob das was für euch sein könnt falls er nicht gesehen habt don't blink also ich persönlich war mal damit an war erst durch den trailer abgestoßen weil ich stehe nicht so drauf wenn ich gar keine ahnung habe in was ich mich da ins kino bewege das plakat sagt ja auch nicht viel mehr also der film hat element von natürlich sci fi horror comedy aber das packt nicht so ganz also ich würde mal sagen der film ist richtig für euch wenn ihr auf filme steht bei denen man nach einem gemütlichen abend mit noch ein paar leuten zusammensitzt und zwei stunden diskussionszeit hat dann ist der film ideal oder wenn man sehr viel freude an visuellen darstellungen hat wenn man das genießen kann also bild aufbau und so weiter wunderbar schaut diesen film meine meinung nope ist ein film noch spoiler frei gelb ist ein film in der kategorie ich habe immer so zwei drei kategorien die eines gucke ich mal wieder und bei der frage guckst du den mal wieder würde die andere frage empfiehlst du den leuten also bei den leuten die ich kenne bei dich den geschmack einsortieren kann bei den meisten die sagen las es dann bei ein paar würde ich sagen zum beispiel herr wolfgang robel hallo falls er ihn nicht kennt schaut mal auf meinen hauptkanal da würde ich sagen schauen wir mal an da könnte man vielleicht nachher drüber reden wir gehen in den spoiler bereich um was geht es in dem film eigentlich ja um dieses alien wesen aus der wolke ich habe erst gedacht die grüne wolke aber das ist was anderes wobei ja also dieses grüne wesen aus der wolke also im prinzip die fleisch gewordene weltraumputze frisst die leute vielleicht kommen sie auch vom mars und das ist jetzt ihr mars attacks ich weiß es nicht spuckt dann natürlich den rotz wieder aus der also an festen zeug was die was nicht vertaubar war und wenn es zu schlecht die verdauung funktioniert hat dann hat er wohl so wie das verstand ein bisschen dünnpfiff das ist halt einer breckerl scheiße und wenn ihr film nicht gesehen habt seid ihr natürlich jetzt komplett irgendwo im wald aber ich hatte euch gewarnt aber um was geht es eigentlich also am anfang dachte ich mir was was das pferd das pferd mit den markings mit dem green screen und so weiter schon ganz am anfang wird das ja deutlich gesagt das erste film mit pferd und bla und blub das ist ein thema das sich wiederholt tiere vor der kamera wir sehen ja auch den film schaffenden der dieses diesen raubtier film dort sehr alter film ist da anschaut am schneidetisch wenn diese story mit dem affen in einer sitcom der ausrastet und die leute ich hatte erst gedacht um umbringt aber prügelt wohl weil die schwester ist ja die er tat ja so am boden liegt ist ja die die nach auch in diesem stadion sitzt wenn das pferd als dauerthema das pferd wie es gebraucht wird für filmaufnahmen und dann sofort durch ein ein mechanisches äquivalenten das pferd schlägt einmal aus weil es durch seine eigene reflexion also diese kugel ist ja nicht bloß eine reflexion das ist ja so ein tool ich muss ein bisschen genauer erklären sie halten ja diese spiegelkugel vor dem pferd seine augen und das pferd rastet aus und dann wird weg optimiert und man sieht wie es im hintergrund da so ein greenscreen pferd da reinfahren die kugel benutzt man jetzt müssen die ganzen visual effects spezialisten was dazu sagen die kugel hat irgendeine bedeutung für dieses ich glaube 3d mapping oder sowas also diese kugel gibt es das ist ein requisite filmtechnik wie sie auch bei filmtechnischen sachen sehr genau waren also das pferd wurde erst missbraucht sage ich mal für diesen ganzen spaß und war aber dann auch schnell weg auch dieses wolken erleben wurde ja von dem einen kasch war da in der arena zusammen missbraucht mit dem pferd die sowohl jeweils geopfert hat um ein spektakel zu machen und natürlich reicht sich dann die natur irgendwann mal wieder putzig wieder auf der einen seite diese symmetrie zwischen anfang und ende der affe flippt ja aus weil ballons platzen und das alien wird nachher durch so eine aufgeblasene figur zerrissen ja das ist alles ganz ganz toll eingeführt das ist super aber will uns der film wirklich am ende sagen dass tiere vor der kamera eine ganz ganz fiese dieses problem sind oder wollen moment gibt dort diesen kaffee der von affen ausgekackt wird das kommt also machen wir mal einen sprung als horrorfilm also er hat schon so moment wo man sich so ein bisschen fragt was passiert ist als nächstes das würde ich aber als suspense nicht als horror er baut natürlich schon eine gewisse spannung auf und er spaut auch schon auf auf sehr abstrusen momenten die manchmal auch lustig sind ja aber das war es dann eigentlich schon und ich weiß nicht ich hatte wenn ich es geguckt habe ich habe dass mir doch mit dem affen lösen sie das noch auf aber sie haben es nicht weiter aufgelöst man kann es auch vergessen aber das ist nicht zufällig also das ist ein film den man ansieht dass er sehr geplant inszeniert wurde das ist jetzt nicht um sagt dort wieder irgendein schnitt kaspar hat wieder was raus geschnitten deswegen fehlt da was das gibt keinen sinn das ist alles stück für stück inszeniert also geplant ist natürlich irgendwie auf einer meter ebene wenn man sich jetzt mal auf das einlässt wie tiere vom menschen missbraucht werden ist es natürlich dann schon wieder fast lustig dass der vater von ihm durch die ausscheidungen dieses aliens da umgebracht wird weil das alien genauso missbraucht also nicht weil aber dieses element genauso missbraucht wie die pferde die er auf seiner formelt also ja toll mein ganz persönliches pet peeve wie der amerikaner sagen würde wenn er englisch könnte ist was ich am anfang gesehen habe was wieder fast mit genugtuung erfüllt hat angezogene affen ich hasse es ich hasse es und das sieht man da auch ich weiß es gibt eine einzige vernünftige erklärung dafür ist bei mann weil offenbar einer vorstellung sonst mal auf dem boden kacken habe ich irgendwann mal gelesen was hat das stimmt das ist etwas was was ich finde vielleicht in meiner welt vielleicht über betone ich das auch was ich insgesamt ich mag keine angezogenen tier ich mag sie nicht in kinderbüchern ich mag sie nicht in animationen ich muss film sofort abbrechen wenn ich angezogene tiere sehe es gibt grenzfälle ja ganz schwierig aber im prinzip ich mag diese diesen level an vermenschlichung nicht das ist nicht okay das ist vielleicht bin ich da ein bisschen schizophren wir kommen bis ins labern aber das ist halt aber video wenn ihr zum beispiel bei einer show in einem vogelpark jetzt ganz schwieriges thema papageien seht die spaß machen dann rede ich mir ein dass die da vielleicht auch ein bisschen freude dabei haben auch wenn sie sachen machen die eigentlich schon irgendwie von menschlich sind es mag schon sein wenn ihr aber ein affen dressiert dass er irgendwie im anzug irgendwie ein blumenstraße durch die gegend trägt dann geht mir das zu weit schwierig so eine seehundshow kann zum beispiel für mich durchaus amüsant sein war also je nach den bedingungen wie sie gehalten das kann die ganze übrigen weil ich den unterstelle dass diese art von zeug denen vielleicht sogar ein bisschen spaß macht werden wahl shows zum beispiel gar nicht gehen weil in haltung geht gar nicht aber wir kommen jetzt hier auch komplett zu weit weg vom schuss finde ich den film gut ich habe vorher unterschieden zwischen würde ich noch mal gucken würde ich ihn jemand den meisten weiter empfehlen ist er gut gemacht ja und ich versuche das zu differenzieren deswegen hasse ich auch punkte bewertungen das ist ein vier von fünf nein das ist alles mist ist für welchen für welchen mut ist er gut also in welchem mut müsste er sein also englisches mut mit mut hat es nichts zu tun ich habe schon die kommentare gelesen dieser philosophische ich sitze gemütlich mit meinem weinglas entspannt in meinem antich leder ohrensessel und ich möchte danach eine film analyse über diesen film zelebrieren wenn ihr in dieser stimmung seit 16 reingeht zwei stunden sehen oder was ich habe schon mal gesagt ich bin ein sehr einfach denkender mensch oder vielleicht ein so brot und spiel ein bisschen und jetzt kommt jetzt kommt der nächste kommentar oder analysiert alles bis zu tode und jetzt sagst du bist ist komisch also ich liebe actionfilme um das jetzt mal so ein bisschen wieder zurechtzurücken ich liebe actionfilme die mich nicht beleidigen weil sie bei dem was sie zeigen mich für nicht für dumm verkaufen weil es nicht zu deppert ist und sie nicht dauernd ihre realitätsebene verlassen realitätsebene ist eben für mich das so wie in star wars gibt es halt überlicht antrieb und blablabla und versteht was ich meine aber diese ebene darfst du nicht verlassen dass das liebe ich und ich hasse zum beispiel bekommen müssen wir können es weggehen das ist dafür das gelaber ist jetzt vorbei ich hasse actionfilme wo man merkt jetzt ist sie nix mehr eingefallen jetzt machen wir hier ich verfüge über besondere fähigkeiten und ich habe keine ahnung was ich hier machen soll aber ich glaube werden in die richtung solche filme vergisst und leider gibt es filme die bei diesem punkt jetzt da auch das versuchen mit cj die die hauen dich zu zu ich glaube noch mal ein eigenes video darüber die haben sich so zu mit effekten dass du nicht mehr zum denken kommst das ist manchmal okay wenn es rasant gebaut ist aber wir haben jetzt noch komplett verlassen ich bin auf eure meinung gespannt weil im gegensatz zu anderen lese ich die kommentare ich kann nicht immer auf alle in derselben breite antworten aber mich interessiert schon so was die rezipienten denken das finde ich richtig ich finde es zum beispiel nicht richtig zu sagen dass mein werk hier das steht ja eigentlich für sich selbst dass wenn wir andere das sehen ist mir eigentlich wurscht ich würde das nicht mehr weiter kommentieren so sehe ich das jetzt nicht die einzige gefahr ist die ich immer auf so einem filmkanal sehe deswegen gucke ich auch viele andere ist man hat ja so eine babbel wieder die berühmte babbel in der man leute um sich versammelt die tendenziell der eigenen meinung sind das hat vor und nachteil der nachteil für mich ist da ist natürlich viele schon bin derselben meinung der vorteil für euch ist dass wenn ihr merkt so dass nicht alles natürlich was ich hier vor mir blubber entspricht ungefähr dem wie ihr die welt seht dass ihr danach tipps für eure für ein filmgenuss und so weiter ableiten könnt weil das ist der vorteil der babbel das ist so was was zum beispiel movie pilot und so weiter mit statistik macht ich glaube jetzt bin ich ein bisschen arg weit weg vom schuss macht aber nichts dann bis zur nächsten filmerei servus